wach auf du schlange angeladen jetzt dass man hier kein geld tippen kann oder so das kann sein ja ich habe alles eingezahlt ja gut mache ich gar nicht lustig jetzt noch mal die brille ab dann läuft das besser glaube ich was mensch aufzuwackeln soll jungen 32 aber ich habe die 1 weg so jetzt kann ich ausmachen alter der wackelt noch mehr als vorher meint er ist eingestellt meint er ist eben gerade einmal hochgezogen und war da direkt auf den dribbel deswegen habe ich gleich abgefeuert voll aufs metall getroffen aber 20 zählt alter das ist der beste dart simulator der wild zu tief fuck 2 mal dribbel 20 bin ich auf 0 aber ich brauche ein doppel das ist der beste das ist der beste das ist der beste der beste der beste der dart profi merkt schon das ist der beste das ist der beste das ist der beste der beste der beste der 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 Hast du gerade runtergerechnet von 238, was muss ich machen, um direkt auszumachen? Nein. Ja, so, du hast gewonnen. Das war souverän runtergespielt. Ja, okay. Das ist fast von dem Yearlife gewesen, deine Puff. Der Ding ist da. Na, wer weiß, ob ich das noch so gut kann.